Zwischendurch war das Tempo, sagen wir mal, ein bisschen den hohen Temperaturen angepasst, aber die Tore waren sehr schön herausgespielt von unserer Mannschaft. Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, auch jetzt, nachdem die Meisterschaft schon feststeht, anders als im letzten Jahr. Und wir haben ja noch das eine oder andere Ziel in dieser Saison. Von daher war es wichtig, dass wir da konzentriert bleiben. Fünf Tore heute geschossen, am Ende hochverdient gewonnen. Und das noch nicht einer ganz leichten Woche, muss man sagen, denn die Feierlichkeiten und die Euphorien waren ja schon sehr, sehr groß. Aber es war auch ein guter Charaktertest, den wir bestanden haben. Und deswegen kann man da heute sehr mit zufrieden sein.